Wenn du gegen deine Feinde zum Krieg ausziehst und siehst ihre Pferde und Wagen ein Volk viel größer als du dann sollst du dich nicht vor ihnen fürchten dann sollst du dich nicht vor ihnen fürchten Wenn du uns unsere Feinde vereinzelst in alle Lande versprecht und jeder für sich alleine an seinem Ort entsteht dann nur damit wir ganz mündig werden dann nur damit wir ganz viele werden dann nur damit wir ganz mündig werden dann nur damit wir ganz mündig werden denn der herr unser gott ist der mit uns zieht und für uns dann nur damit wir ganz mündig werden dann nur damit wir ganz mündig werden jetzt erst recht weil sie so vieles sind will ich dir vertrauen jetzt erst recht weil sie so starkes sind wollen wir auf dich bauen jetzt erst recht weil sie so drohe sind will ich aufschauen jetzt erst recht weil sie so erst recht weil sie so flüssig sind wird es tiefer hauen jetzt erst recht 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 wieder die jetzt 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 Untertitelung des ZDF, 2020